In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Extremwertaufgaben bzw. Optimierungsprobleme mit Hilfe von Nebenbedingungen lösen kann. Ein kleiner Hinweis, es gibt verschiedene Typen bzw. Arten von Extremwertaufgaben. Wenn ihr weitere Beispielaufgaben sucht, am Ende im Abspann habe ich noch eine passende Playlist vorbereitet. Bevor wir gleich ein paar Beispielaufgaben zusammenrechnen werden, will ich zuerst ein paar wichtige Grundlagen erwähnen. In erster Reihe, was ist denn eine Extremwertaufgabe? Zur Erinnerung, es geht darum, für eine Zielfunktion, die man selbst aufstellen muss, die Hoch- und die Tiefpunkte bzw. Maximum und Minimum zu bestimmen. Zweitens wäre keine schlechte Idee, wenn wir an dieser Stelle die Schritte bzw. die Lösungsstrategie für die Extremwertaufgaben kurz wiederholen. Erster Schritt wäre das Aufstellen der Zielfunktion mit Hilfe der Nebenbedingungen. Zweiter Schritt wäre die Berechnung der lokalen Extremwerte. Damit ist gemeint, wie der Hoch- oder Tiefpunkt anhand der Aufgabenstellung. Dritter Schritt wäre die Berechnung der Randwerte. Und vierter Schritt wäre der Vergleich der Randwerte mit den Extremwerten. Allerdings muss ich sagen, bei dieser Art von Extremwertaufgaben, was wir jetzt anschauen, macht diese Berechnung der Randwerte bzw. Vergleich der Randwerte mit Extremwerten nicht viel Sinn. Deshalb lassen es die meisten Lehrer weg. Und aus diesem Grund werde ich sie jetzt auch nicht in diesem Tutorial betrachten. Und jetzt zu unserer ersten Beispielaufgabe. Ein rechteckiges Grundstück soll mit einem Zaun der Länge 80 Meter vollständig umzäunt werden. Wie lang und wie breit soll dieses Gerüstungs sein, damit der Flächenhalt maximal wird. Bitte an dieser Stelle kurz auf Pause drücken, in aller Ruhe die Aufgabenstellung lesen und versuchen, die wichtigsten Informationen rauszufiltern. Ich gehe davon aus, dass ihr das jetzt erledigt habt. Und bei diesen Aufgaben empfiehlt es sich wirklich immer so ein bisschen den Sachverhalt grafisch darzustellen. Also auch in diesem Fall können wir uns gerne diesen Rechteck ein bisschen vorstellen. Natürlich besitzt jeder Rechteck eine Länge und eine Breite. Diese werde ich jetzt entsprechend abkürzen mit L und B. Und zur Erinnerung, unser erster Schritt war praktisch die Zielfunktion mit Hilfe der Nebenbedienung aufzustellen. Okay, also wir suchen die Zielfunktion. Das ist ja sehr einfach zu identifizieren. Man muss einfach nur schauen in der Aufgabenstellung, was maximal bzw. minimal werden soll. In diesem Fall soll der Flächenhalt maximal werden. Das bedeutet, der Flächenhalt von dieser Rechteck wäre auch unsere Zielfunktion. Und wie die Formel für den Flächenhalt von der Rechteck lautet, sollte noch jeder wissen, Länge mal Breite. Deshalb schreibe ich auch abgekürzt hier L mal B. Gut, das wäre eigentlich eine gute Zielfunktion und eine sehr einfache Zielfunktion, wenn sie jetzt nur eine Variable beinhalten würde. Aber die hat ja zwei, L und B. Das hilft uns im Moment nicht weiter. Aus diesem Grund müssen wir die sogenannte Nebenbedienung benutzen. Die Nebenbedienung ist natürlich das, was die Aufgabenstellung uns gibt, und zwar die Gesamtlänge von diesem Zaun. Und die beträgt, wie hier oben in der Aufgabenstellung erwähnt, 80 Meter. Mathematisch handelt es sich bei der Länge vom Zaun natürlich um den Umfang von diesem Rechteck. Deshalb können wir erstmal hier an dieser Stelle so abgekürzt schreiben. Nebenbedienung schreibe ich. Der Umfang ist 80. Die Einheit lasse ich erstmal weg. Und zur Erinnerung, die Formel für den Umfang lautet ja nichts anderes als zweimal Länge plus zweimal Breite, also alles außenrum zusammengezählt. Entsprechend haben wir dann 2L plus 2B. Wie hilft uns das jetzt weiter? Na ja, ganz einfach. Wir ersetzen das U mit 80 vorne. Und haben dann 80, ist gleich 2L plus 2B. Und wir haben jetzt in dieser Formel die Möglichkeit, nach einer dieser zwei Buchstaben umzuformen. Na, was ihr umformt, ist egal in diesem Fall. Man formt normalerweise immer nach der Buchstabe um, wo es am einfachsten ist. In diesem Fall spielt echt keine Rolle. Ich forme jetzt einfach nach L um. Das bedeutet, als erstes bringe ich diese 2B mit minus 2B rüber. Also haben wir 80 minus 2B sind gleich 2L. Und dann natürlich geteilt durch 2. Somit haben wir dann 40 minus B ist gleich L. Wie hilft uns das jetzt weiter? Na, ganz einfach. Wir haben jetzt für L einen Ausdruck in Abhängigkeit von B. Und das können wir in unserer Zielfunktion nutzen und entsprechend diesen L hier ersetzen. Damit kriegen wir eine Zielfunktion, die nur von B abhängt. Man kann sie ja auch offiziell nennen A von B. Also so wie F von X, eine Zielfunktion. Also statt L schreibe ich dann 40 minus B mal B. Und das ist jetzt eine sehr gute Zielfunktion. Man kann ja eventuell noch die Klammer hier auflösen, weil sie beinhaltet nur eine Variable. Wenn ich jetzt hier ausmultipliziere, dann habe ich entsprechend 40B minus B². Und das ist jetzt die fertige Zielfunktion in Abhängigkeit von der Breite B. Wir sind jetzt beim zweiten Schritt und zwar die Bestimmung des Hochpunkts oder des Maximum. Dafür, wie bei jeder anderen Funktion, brauchen wir zwei Ableitungen. Also ich bilde jetzt einmal für diese Funktion A von B die erste Ableitung, A' von B. Die lautet dann 40 minus 2B. Und für den Nachweis, dass wir ein Maximum haben, brauchen wir natürlich noch die zweite Ableitung. Und das ist ja minus 2. Den theoretischen Nachweis haben wir schon an der Stelle, weil die zweite Ableitung negativ ist, kleiner 0. Dann ist ja klar, wenn wir einen Extrempunkt haben, dann wird das mit Sicherheit ein Maximum sein. So, trotzdem müssen wir natürlich diesen Maximum bestimmen. Also dafür setze ich dann die erste Ableitung gleich 0. 40 minus 2B sind gleich 0. Forme ein bisschen um. Plus 2B an dieser Stelle, dann habe ich 40 ist gleich 2B. Geteilt durch 2 und damit haben wir schon einen Wert für B. B ist dann 20 und wir wissen, für B gleich 20 haben wir auch einen maximalen Flächenhalt. Was wir auf jeden Fall an dieser Stelle noch machen sollten, ist erneut die Aufgabenstellung zu lesen, um zu schauen, ob wir alle Fragen richtig und vollständig beantwortet haben. Also die Fragestellung lautete, wie lang und wie breit soll dieses Grüßstück sein? Naja, die Breite haben wir herausbekommen, sind ja diese 20 Meter hier an dieser Stelle. Ich kann es auch gerne mit der Einheit angeben. Was wir noch brauchen ist die Länge und es ist ja kein Problem herauszufinden. An dieser Stelle hier haben wir für L 40 minus B. Das können wir natürlich ausnutzen und sagen, okay, die Länge ist 40 minus die Breite und die Breite war ja 20. Dann kommt für die Länge natürlich auch 20 Meter raus. Und was nicht gefragt ist, also nicht in dieser Aufgabenstellung gefragt ist, aber sehr oft auch in der Fragestellung dabei ist, ist der maximale Flächenhalt. Und den sollten wir auch noch rauskriegen. Dafür können wir natürlich die Breite in unserer Zielfunktion einsetzen. Also hier an dieser Stelle haben wir dann die Zielfunktion. Und wenn wir für B die 20 einsetzen, dann haben wir 40 mal 20 minus 20 hoch 2. Also 40 mal 20 sind 800 minus 20 hoch 2 sind 400. Somit haben wir einen maximalen Flächenhalt von 400 Quadratmeter. Wie bereits vorher erwähnt, werde ich an dieser Stelle die Radenwertbetrachtung weglassen, weil sie einfach keinen Sinn macht bei so einer Art von Aufgabe. Wir sind jetzt bei der zweiten und letzten Aufgabe und sie ist im Prinzip sehr ähnlich zu der ersten Aufgabe, die wir bearbeitet haben. Deshalb, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr die erste Aufgabe verstanden habt, würde ich euch empfehlen, jetzt die Aufgabe hier selbst zu lösen. Und am Ende mit meinem Lösungsweg zu vergleichen. Ein rechteckiges Grundstück soll den Flächenhalt 400 Quadratmeter haben. Wie lang sind die Seiten des Rechtecks zu wählen, damit der Umfang des Grundstücks minimal wird? Eine kleine Planskizze könnte auch hier nicht schaden. Also wir haben ein Rechteck und ein Rechteck besitzt genauso wie vorher bei der ersten Beispielaufgabe eine Länge und eine Breite. Übrigens, die finden wir auch an dieser Kante. Und unser erster Schritt wäre natürlich erstmal die Zielfunktion aufzustellen. Anhand der Aufgabenstellung soll der Umfang diesmal minimal werden. Das bedeutet, unsere Zielfunktion ist U für den Umfang. Und der Umfang vom Rechteck ist natürlich zweimal Länge plus zweimal Breite. Also 2L plus 2B. Wir haben wieder folgendes Problem. Wir haben eine Zielfunktion mit zwei Variablen. Das ist nicht gut für uns. Deshalb nutzen wir die gegebene Nebenbedingung. Und die bezieht sich auf den Flächenhalt. Der Flächenhalt soll anhand der Aufgabenstellung 400 Quadratmeter betragen. Und wir erinnern uns, die Formel für den Flächenhalt eines Rechtecks lautet L mal B. Und das können wir natürlich wieder nutzen, indem wir einfach 400 gleich L mal B nehmen. Und dann entweder nach L oder nach B umformen. Ich werde hier nach L umformen. Eigentlich macht es gar keinen Unterschied. Aber wir bringen jetzt B mitgeteilt rüber. Und kriegen für L dann 400 durch B. Also 400 durch B ist dann entsprechend L. Diesen Ausdruck für L werden wir dann natürlich nutzen, um eine saubere Zielfunktion aufzustellen. Das bedeutet, ich ersetze unser L hier in der Zielfunktion mit 400 durch B. Entsprechend haben wir dann eine Zielfunktion in Abhängigkeit von B. Und die lautet dann 2 mal 400 durch B plus 2B. Und das Ganze kann man noch ein bisschen kompakter schreiben. 2 mal 400 sind natürlich 800 durch B plus 2B. Und das wäre dann die saubere Zielfunktion. In unserem zweiten Schritt werden wir natürlich den Tiefpunkt dieser Funktion bestimmen. Dafür müssen wir ein bisschen die Funktion vorbereiten. Das bedeutet, so wie sie dargestellt ist, ist sie ein bisschen schwer abzuleiten. Deshalb würde ich dieses B nach oben ziehen. Entsprechend haben wir dann 800 mal B hoch minus 1. Also hier steht B hoch 1. Wenn ich es nach oben ziehe, wird es zu B hoch minus 1. Und plus 2B. Und das können wir jetzt gerne zweimal ableiten. O' von B ist dann entsprechend minus 800 mal B hoch minus 2 und plus 2. Beziehungsweise die zweite Ableitung lautet dann 1600 mal B hoch minus 3. Und die hintere 2 fällt weg. Die erste und die zweite Ableitung können wir auch ein bisschen schöner darstellen. Besser geeignet für die Rechnungen, die noch kommen. Also negative Hochzahlen braucht man nicht eigentlich in seine Terme. Deshalb bringen wir sie wieder unter den Bruchstrich. Entsprechend haben wir dann minus 800 durch B hoch 2 plus 2. Das wäre dann die erste Ableitung. Und die zweite Ableitung lautet dann 1600 durch B hoch 3. Wie gehabt, um die Extremstelle zu bestimmen, setzen wir jetzt die erste Ableitung gleich 0. Also minus 800 durch B² plus 2 sind entsprechend 0. Dann können wir erstmal plus 800 durch B² machen, damit wir die Terme ein bisschen trennen. Also haben wir 2 ist gleich 800 durch B². Dann B hoch 2 soll rüber gehen, damit wir die Brüche auflösen. Also mal B hoch 2. 2 B² sind entsprechend 800. Und am Ende noch geteilt durch 2. Also B² sind dann 400. Um B zu bestimmen, zieht man noch die Wurzel. Normalerweise gibt es beim Wurzelziehen immer zwei Lösungen, eine positive und negative. Hier an dieser Stelle macht für die Länge eines Rechtecks oder beziehungsweise Breite eines Rechtecks nur die positive Lösung Sinn. Somit ist B gleich 20. Wenn wir die Aufgabenstellung nochmal ein bisschen überfliegen, dann sollten wir merken, dass beide Seitenlängen verlangt sind. Also wir haben jetzt B, was wir brauchen ist noch L. Dafür setzen wir genau an dieser Stelle hier ein und sagen L ist gleich 400 durch B, also 400 durch 20. Sind entsprechend auch 20, also auch 20 Meter für die Länge und für die Breite. Und auch wenn es hier nicht verlangt ist, sehr häufig in der Aufgabenstellung ist es auch dabei. Und zwar in diesem Fall den minimalen Umfang zu bestimmen. Also wir könnten noch diesen Wert für B nehmen, den wir haben und in unsere Zielfunktion einsetzen. U von 20 ausrechnen und damit hätten wir auch diesen minimalen Umfang, wenn es verlangt wäre. An dieser Stelle habe ich dann 800 durch 20 und plus 2 mal 20. 800 durch 20 sind natürlich 40 plus 2 mal 20, 40. Da haben wir dann 80 Meter. Also das wäre der minimale Umfang, wenn er gesucht wäre. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Die hier behandelten Aufgaben kann man eher als Grundlagen ansehen. Wie bereits am Anfang gesagt, wenn ihr weitere Beispielaufgaben sucht, findet ihr sie gleich im Abspann. Es gibt tatsächlich verschiedene Typen von Extremwertaufgaben. Vor allem die Art von Extremwertaufgaben, wo die Randwertbetrachtung eine wichtige Rolle spielt, solltet ihr euch vielleicht nochmal ansehen. Und ihr habt ja bereits gemerkt, um Extremwertaufgaben zu bewältigen, braucht man auch ein paar Grundlagen, wie zum Beispiel die Berechnung von Hoch- bzw. Tiefpunkten. Aber auch verschiedene Ableitungsregeln spielen eine Rolle, wie zum Beispiel Ketten- oder Produktregel. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Vielen Dank.